Hauptsächlich Breakbeat-basierte Musik. Dubbigeren Sound. Gebrochenen Beats. Bassmusik. Bis auf Jungle Drum & Bass, Half-Tempo und Full-Tempo. Halter Musik. Dessert Neck. Bassmusik. Kassel. Determine Smirrel. Freeing das Metal. Ghosn. Aberdeen Gies. Das war's für heute. Heute mit La Lorcai, ursprünglich aus Frankreich, aber jetzt glaube ich schon Münchner Urgestein, kann man so fast sagen. Seit 15, 17 Jahren habe ich es gehört, oder? Ja, ich bin La Lorcai, ursprünglich aus Frankreich. Ich wohne in München seit 1999 und fast seitdem, also es hat nicht lange gedauert Fuß zu passen, weil die Szene sehr offen war. Ich mache tatsächlich breakbeat-basierte Musik, das heißt von Hip-Hop über Trip-Hop, dubbigeren Sound, gebrochenen Beats, Bassmusik bis auf Jungle Drum & Bass, Half-Tempo und Full-Tempo. Also, das ist das Spielchen, viele Genres, die trotzdem eine Familie binden, zusammen zu mixen und alles mit Vinyl, das ist extra schwer, man tut sich weh und es ist Masochismus pur. Gerade ist es so, es gibt genug neue Tunes, um richtig gute Playlist zu machen, ohne auf digital zugreifen zu müssen. Es ist natürlich schwerer zum Schleppen und so weiter, aber witzigerweise, es hat sogar was, es wird sogar so, oh, was macht er da, was ist das für ein Datenträger? Eben, ja genau, es ist noch ein Datenträger. Okay, aber du bist doch der Typ, der Drum & Bass spielt und jetzt spielst du Dubstep, ich dachte, du bist Drum & Bass, was? Ja. Das ist immer diese Einschränkung von den Szenen und wenn einer so heraussticht, verwirrt es ein bisschen, aber es ist nur ein bisschen. Ich kann dich jetzt auch nicht als pure Drum & Bass DJs sehen, oder? Also auch dein Set, das du uns spielen wirst, wird eher ein bisschen mehr Wildstyle eigentlich sein, kann man fast gar sagen. Also auch Artverwandtes und so spielst du dann eigentlich auch im Club, oder? Ja, richtig Wildstyle, also Tempo wechseln und so weiter. Manchmal bist du für ein Set geholt, du bleibst in einer Schublade mit ein paar Umwegen, aber du hast einen roten Faden. Typisch Drum and Bass oder so. Du halbierst das Tempo oder du nutzt so Tunes oder Echo, um plötzlich auf 120 oder 140 runterzukommen. Und das ist ein bisschen tricky, weil du musst in der Pause, ohne zu schockieren, so plötzlich plus 6% und so weiter. Also ziemlich dubbig, so Bassmusik, bisschen so wonky oder wie auch immer, wie man das nennen kann. Über Half Jungle, so dieses Zwischentempo bis auf Drum and Bass mit Vocals und wieder halbieren und raus auf Dub, voll grob. Und das sind auch Moves, man ist nicht dran gewohnt, sich beeilen, sowas zu machen. Und sanft und hektisch. Weil manchmal bin ich hektisch. Sowas. Das ist eine Schleuchte. Das ist eine Schleuchte. Das ist eine Schleuchte. Z.B. ich stehe überhaupt nicht auf diese Sound-Ästhetik, die die Charts stürmt. Das ist genau die gleiche Sound-Ästhetik wie im Elektro oder im Brostep. Alle Frequenzen werden gedeckt. Wenn du die Waveform von deinem Tune siehst, sieht das wie eine Leberwurst. Alles voll. Auch in der Pause ist voll. Dagegen gibt es eine gewisse Sound-Ästhetik, gerade im Drum & Bass, die viel dynamischer ist, wo du noch Platz hast. Zum Teil sogar Half-Tempo, so Sachen wie More Sounds. Ich meine auch die Leute, die das eingeführt haben, wie Icicle oder Spectrasol. Oder, keine Ahnung, sogar 31 Recordings von Doc Scott hat sich spezialisiert drauf. Oder Dispatch Recordings oder Critical. Das ist sehr, sehr frisch. Es passiert viel. Es ist zwar nicht massiv, der Sound. Es ist vielleicht das, was Drum & Bass angeht, was mir am meisten gefällt gerade. Du hast Platz. Es ist knackig, laut, aber nicht alles ist gedeckt. Nicht alle Frequenzen. Es bewegt sich. Via Pontego aide Super chain. Desde das sie дуже gut. Vij, tig, tig, det Gог, bn. Bis zum Teil,kehr. Sekretar crazy. 우리가 Meneden in evangelism ist educators für die 미�ering, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wenn die Leute mehr über dich erfahren wollen, wo? Schauen sie danach. Am besten Mixcloud. Und da gibt es sogar ein bisschen Flamenco-Gitarre von mir, weil ich spiele auch. So was, komplett anders. Total freundlich dieser Mensch, der hier gerade in die Kamera schaut. Einfach sitzen und lächeln, aber er schafft es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018